Ah, okay, man sollte nicht ein zweites Mal draufhauen. Kacke, wie komme ich hier wieder weg? Autsch. Ich brauche einen. Was, hier ist ein zweiter? Oh, nein. Natürlich muss jetzt der stärkere, oder sagen wir es so, zumindest der. Mit mehr HP vorne sein. Ah, Mann! Okay, den hätte ich. Ich speichere jetzt einfach, egal. Irgendwie kriege ich den schon da. Oh, okay. Okay. ich verbrauche hier absolut alles nein renn 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 weg hier na wo bist du das war hart das hätte ich jetzt so nicht erwartet was der war jetzt sagt mir nicht dass alle stehen ja wirklich so wenig getroffen ja ja ich kann es wahrscheinlich erstens und zweitens dann durch mal drücken noch dazu ach man ich mag dich ich mag dich nicht ich mag dich jetzt kannst du vergessen scheiße deren mehr nach genau vom einen ins nächste schlamassel ach man kacke ich hätte mir diesen scheiß teleport zauberste kopf und nein auch ja perfekt versteht wahrscheinlich steht jetzt genau da vor das mache ich für die scheiße in dem ihr stärkere monster tötet erhaltet ihr auch mehr erfahrung ja das ist mir schon klar der hat mir 120 idee gegeben der bastard dass ich ja sonst nicht wirklich aber das ist unmöglich kann ich so vergessen ich werde jetzt wieder draußen das mache ich normalerweise nicht aber normalerweise stehe ich zu meinen fehlern aber das hier das könnte wehtun die musik passt aber das muss ich schon sagen kurz spröchen ja das war knapp das der hätte mich fast erwischt das arschloch ja nein na super tot ich bin so tot genau vergreift euch an dem reh vergreift euch an bam die nimmt waren die aber nicht mich die musik passt so dazu kommt tot war es tot war es irgendwas reinigt nichts warum greift euch ja nicht an interessiert mich nicht man macht doch etwas greift doch diesen scheiß wolf an den hätte ich mal wo ist der rest abgeblieben das ist mir sowas von egal ich lege mich jetzt irgendwo schlafen das ist mir sowas von wurscht ja genau trainier weiter hast du es nötig man ach egal ich gehe da jetzt rein in das links da oben da hat zimmer oder wie man das nennt stress 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 habe ich schon stress gesagt stress so klappe zu und liest dein buch frag mich nicht wie mein tag war der waren streng genug 11 uhr postmorte genau postmorte ich schlafe jetzt mal zehn stunden fast zehn uhr morgens morgens halb zehn in deutschland beginnt der tag nicht mit knoppers sondern mit ich schieße mich tot einer holztruhe ähm nein ja nö ich höre jetzt auf ich habe jetzt keine lust mehr das war mir jetzt zu aufregend ich muss mich jetzt erholen die stadt erotin und ihre historie und ihre hysterie erotin ist eine halbinsel und war zu beginn des zweiten zeitalters die hochburg der normanischen nordkönige nerims aha aha um das jahr 3000 nach stern cool nach stern wann kommt das zeitalter nach baum man weiß es nicht ach ne nach baum das war dann wahrscheinlich ähm noch weiter zurück und nach stein ist dann steinzeit und baum ist ach egal aber nach stern dann müssten wir jetzt eigentlich hier schon viel weiter technologisiert sein blablabla voll verschlucktes wort hm 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 waren die texturen auch so im normalen? ich glaube nicht ach egal ich bewundere jetzt diese textur oh wunderschön wunderschön schaut es euch an ungeziefer allesamt aller von diesem pack diesen eterna ungeziefer seid ihr nicht eterna? also anhänger oder so ach egal ist egal du magst mich nicht ich mag mich auch nicht alle mögen uns nicht fertig äh ach ja genau ja 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 das war's das war's das war's für heute okay adios amigos das war's das war's das war's Vielen Dank.